Willkommen bei Beckrennbauer, dem RZ-Sport-Podcast, präsentiert von Nico Beck und Tilman Bauer. Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe. Zu Folge 110, ich bin Nico Beck. Und auch heute ist er an meiner Seite, mein hochgeschätzter, grinsender, fröhlicher Kollege Tilman Bauer. Ich grüße dich. Schönen guten Tag. Für die Zeit, die du brauchst für die Begrüßung, der wird jetzt schon einen reingeknallt. Hast du dir den jetzt überlegt oder kam der spontan? Ja doch, der war überlegt. Den habe ich mit meinem Standard-Trainer zusammen mir überlegt im Vorfeld, weißt du? Ja, das beruhigt mich, weil es gibt Hörer, die man... Aber war nicht schlecht. Der war sehr gut sogar. Gut. Er legt die Messlatte hoch für die Folge. Es gibt nämlich Hörer, die sind ein bisschen beunruhigt, weil deine Vorbereitung in den letzten Folgen ja ein bisschen zu wünschen übrig gelassen hat. Wieso? Weißt du, noch die wenigen Blätter und so, die vor dir lagen. Und jetzt haben wir heute keinen Gast, Kollege Bauer, weil wir müssen ran. Wir müssen debattieren. Ja, und? Ich war doch gut letztes Mal. Ja, du bist immer gut. Ich bin wirklich ein größter Fan. Danke. Aber man muss auch sagen, die Folgen mit den Gästen, die machen es uns natürlich einfacher, weil die sprudeln ja immer. Ja, vor allem, wenn wir so kompetente und so spannende und charmante Gäste haben, wie wir die letzten Wochen. Wirklich, ja. Kam gut an auch. Aber heute müsst ihr alle mit uns beiden klarkommen. Es kommt keiner mehr. Wir müssen euch enttäuschen. Mit den Supernasen sozusagen. Ja, aber du hast es schon gesagt. Wir reden über die Nationalmannschaft, weil da gibt es ja unfassbar viel zu besprechen. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Takes. Ja. Rekordverdächtige Tore. Pink, lilane Trikots. Ein Swoosh. Und keine drei Streifen. Aber wir fangen vorne an. Ganz vorne, würde ich vorschlagen. Beim Spiel Deutschland-Frankreich. Florian Wirtz. Ja. Acht Sekunden hat es gedauert und plötzlich hat das ganze Land wieder Bock auf Fußball. Plötzlich Sommermärchen. Aber da sieht man ja auch, es ist auch viel für uns gelaufen. Genauso, was hat es gebraucht? Dieses Tor nach acht Sekunden, so zack, direkt 1-0. Alle im Flow. Ich erinnere mich auch an die Szene ganz am Ende, wo der Rüdiger noch den Ball von der Linie kratzt. Es ist einfach viel gelaufen und das brauchst du dann halt auch. Du brauchst diese Euphorie und die ist da. Also bei mir ist sie da, auf jeden Fall. 100 pro. Ist so ein bisschen der Startschuss. Man könnte in der Rückschau dann sagen, mit Toni Groß, der vor dem Anpfiff gestikuliert und sagt, so machen wir's Jungs. Der Quarterback der Nationalmannschaft hat der Weg zum EM-Titel im eigenen Land begonnen. Und ich hab nur Angst, weil du sagst, es hat alles für uns, es hat so gut gepasst, dass da nicht irgendwann in zehn Jahren es heißt, es war alles gekauft. Die Franzosen, die haben wir bestochen. Weil es ist ja, also, wie im Märchen. Toni Groß, der Querpass Toni. Aber wir haben ja schon gesprochen, dass auch das Sommermärchen 2006, das war trotzdem damals dann eine geile Zeit. Wir lassen es uns doch jetzt nicht verderben. Nein, machen wir nicht. Wir haben so viel gelitten mit der Nationalmannschaft und jetzt mal ein geiles Spiel, müssen wir auch mal feiern. Und das Holland-Spiel haben wir jetzt noch nicht gesehen, logischerweise. Also, das wird auch so geil. Das wird auch so geil. Wir sagen es einfach. Also, wir nehmen am Montagvormittag auf. Genau. Zwischen diesen beiden Länderspielen. Genau. Vor dem zweiten Anstoß-Trick. Denkst du übrigens nochmal? Ja, weiß ich nicht. Den mit Sicherheit nicht nochmal. Ich glaube auch nicht, dass Flo Wierz den so nochmal unter die Latte zimmert. Selbst wenn er in der Position von Toni Groß angespielt wird. Aber gut. Nee, also ich wollte aber nur sagen, war ja wunderbar, dass eben auch Toni Groß dieses überragende Spiel macht mit 146 Ballkontakten. Wahnsinn die Grätschen auspackt. Weil da gab es ja schon Zweifel. Ich habe es ja eben gesagt, der Querpass Toni und so und was will man denn mit so einem Rentner, mit einem Fußballrentner. Der ist jetzt offenbar wieder gut genug. Mats Hummels ist es wieder nicht mehr. Das ist ja auch so eine ewige Diskussion hier bei uns. Das geht schnell, ja. Das geht schnell. Aber das war jetzt wirklich mal ein Zeichen, weil ich meine, wir haben überhaupt erst zum dritten Mal in Frankreich gewonnen. Das ist uns mal 2013 und einmal 1935 gelungen. Okay. Also schon ein bisschen her. Gut recherchiert. Vielen Dank. Und es ist immer noch der Vize-Weltmeister. Also eine Mannschaft, die schon im Weltfußball was zu melden hat. Und diese Stimmen danach, ja, die haben nicht mit der vollen Kapelle oder die haben es nicht so ernst genommen. Ja, mein Gott, wir können es doch jetzt auch mal feiern, dass wir das gewonnen haben. Man muss nicht immer jetzt wieder das Haar in der Suppe suchen. Absolut. Zumal man ja vor wenigen Wochen noch gesagt hat, Frankreich könnte auch mit der dritten oder vierten Kapelle uns wegrauchen. Da war alles schlecht. Jetzt wieder alles gut. Und jetzt schreiben alle von der großen Ohrfeige. Ach, groß. Die Franzosen von den starken Deutschen, vom Geheimfavorit Deutschland. Von der Turniermannschaft. Pass auf, das kommt auch gleich wieder. Nee, also es war schon ein toller Auftritt, aber wir haben es ja gesagt, wir nehmen zwischen diesen beiden Länderspielen auf. Deswegen wollen wir eigentlich ein bisschen genereller über die Themen sprechen. Das große Ganze, genau. Und jetzt hast du mir hier auf meinen schlauen Zettel geschrieben, du möchtest über die Neuausrichtung sprechen. Das heißt... Ja, Kader-Nominierung und so, was da alles mit drin steht. Groß hast du ja schon angesprochen. Ich finde es schon krass, dass der halt direkt so akzeptiert auch ist und dass er halt wirklich so der Go-To-Guy ist. Also jeder akzeptiert es, ist ja auch nicht selbstverständlich, der kommt da einfach hin und sagt, er ist dein neuer Zampano. Nee, das sagt er ja eben nicht. Ja, aber er füllt die Rolle des Unterschiedsspielers aus und verdrängt damit vielleicht ja auch andere von ihren Stammpositionen. Und trotzdem hast du diese Rolle, dass er einfach unumstritten ist. Und er hat es ja ganz gut schon mal zurückgezahlt. Aber liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass er die letzten Katastrophenjahre eben nicht dabei war. Ja, also wenn jetzt Toni Kroos, der gefeierte fünffache Champions-League-Sieger von Real Madrid, einfach diese ganzen Debakel mitgemacht hätte, dann wäre das jetzt auch kein Riesenthema. Aber er war halt nicht da, kommt jetzt zurück. Dass er ein begnadeter Fußballer ist, wissen wir glaube ich alle. Und wenn er dann auch wirklich vor allem mit Leistung vorangeht, klar sagen dann alle anderen Spieler, okay, der macht uns besser. Da haben wir einen Fixpunkt, der spielt nicht umsonst bei Real Madrid. Ilkay Gündogan spielt eine überragende Saison, ist Kapitän von Manchester City, wechselt zum FC Barcelona und hat da eine tragende Rolle. Aber der hat halt in der nationalen Mannschaft noch nie geliefert. Ich meine, der ist immerhin unser Kapitän. Und hat er vom Standing her im Weltfußball, der ist nicht wesentlich schlechter als Toni Kroos. Aber er hat halt diese ganzen Tiefschläge und Tiefpunkte und tiefere Tiefpunkte, die wir in der Vergangenheit hatten, alle mitgemacht. Hat er im Kreuz, ja, verstehe. Ja, das Gute an sich ist ja, dass es jetzt mal wieder ein Gerüst gibt. Es gibt eine klare Rollenverteilung, Toni Kroos im Mittelfeld, jeder weiß auch jetzt so grob, wo er steht. Und ich finde, daran soll es jetzt auch nicht mehr gerüttelt werden. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Man kann vielleicht vereinzelt nochmal Leute testen. Aber das Große und Ganze will ich einfach jetzt mal lassen, wenn es gestimmt hat. Weil so viel Zeit ist nicht mehr. Ich glaube, wir haben noch zwei Länderspiele nach dem Holland-Spiel. Und so leid es mir tut, auch Harberts vorne muss dann halt auch so bleiben. Also ich war schon eher immer Team Füllkrug. Aber du weißt, was ich meine. Es ändert sich doch immer schnell. Also wie lange haben wir darüber geredet? Falsche Neuen braucht man nicht. Und die Tendenz geht zu klassischen Neuner. Wir brauchen unbedingt einen Neuen, egal, wenn er in der 2. Liga spielt. Und jetzt haben wir den Neuner. Und jetzt spielt Harberts aber die überragende Saison. Und jetzt geht es auf einmal dann doch mit der falschen Neuen, in Anführungszeichen. Ja. Oder? Ich glaube, das Personal ist auf der einen oder anderen Position auch gar nicht so entscheidend. Wo ich bei dir bin, ist, dass man jetzt endlich mal aufhören muss. Dreierkette, Vierierkette experimentieren. Wie du sagst, falsche Neuen, Stoßstürmer, lass das jetzt, wie es ist. Einfach mal den Jungs sagen, so spielen wir. Ich finde auch die Außenverteidigerbesetzung, das ist schon auch ein Unterschied. Ob du da mit diesen klassischen Schienenspielern, die mit viel Speed kommen. Und dann hast du da vielleicht mal noch ein Experiment mit Harberts. Also eigentlich eine gelehrte Offensivkraft. Oder David Raum, der Ex-Hoffenheimer, der wirklich mit Tempo kommt. Flanken, Flanken. Oder ob du jetzt sagst, naja, ich stelle da halt Kimmich hin und stelle da Maxi Mittelstädt hin. Das sind Spieler, die jetzt vielleicht nicht den überragenden Speed haben, aber die können kicken. Ja, kannst du hinten raus kombinieren. Also solche Dinge, finde ich, sind da entscheidender als jetzt, spielt jetzt, keine Ahnung, Mats Hummels. Sags. Oder Antonio Rüdiger. Ja, aber das ist doch auch ein interessanter Punkt. Also ich stelle mir jetzt die Frage, die Leute, die jetzt super gespielt haben, sei mal dahingestellt, die werden jetzt auch gegen Holland vielleicht super spielen. Und die sind dann die Gewinner dieser Länderspielpause. Es hieß auch, die Tür ist nicht zu bis zur EM. Wer super Leistung im Verein bringt, der hat auch die Chance, dann bei der EM zu spielen. Wenn jetzt Hummels, Schlotterberg, Süle, wer auch immer super im Verein spielt, würdest du die dann trotzdem vor der EM einladen aufgrund des Leistungsprinzips? Oder würdest du sagen, jo, wir haben jetzt hier unsere Leute und die bleiben in der Innenverteidigung. Tar-Rüdiger. Ja, keine Ahnung, habe ich ja gerade eben gesagt, finde ich eigentlich gar nicht so entscheidend. Man hat früher immer gesagt, hallo, es ist die Nationalmannschaft, da sollen die elf Besten spielen und die 23 Besten im Kader stehen. Die aber zusammen am besten sind. Ja, aber jetzt, deswegen komme ich immer wieder mit Mats Hummels um die Ecke. Ich habe es auch kommentiert gehabt, damals, als er zurückgeholt wurde, dass es die absolut richtige Entscheidung ist, weil er halt einfach mit Leistung überzeugt hat. Jetzt hat er im Verein zuletzt ein bisschen weniger gespielt und jetzt ist er ganz raus und Nagelsmann sagt, er sieht die Herausforderrolle für ihn nicht. Ja, finde ich jetzt irgendwie komisch, weil du kannst zwar dem Spieler sagen, du kriegst keine Minuten, du bist hier da, um im Training Druck zu machen, ja, aber es kann sich ja auch mal ein Toni Rüdiger und ein Toni Groß verletzen. Und dann ist halt der Herausforderer, der nur für das Training da ist und für die gute Stimmung, der muss dann trotzdem spielen. Und dann würde ich mir schon wünschen, dass ich dann halt in der Theorie die besten Alternativen habe. Aber wie gesagt, das finde ich gar nicht so entscheidend. Auch mit diesen sechs Tribütanten und die neue Nationalmannschaft finde ich alles ein bisschen überzogen. Die Dortmunder alle gestrichen, nur noch Füllkrug da. Ja, es waren aber nicht nur kein Hummels, kein Schlotterbeck, kein Brandt, kein Can, kein Goretzka, es war auch kein Napri dabei, weil er verletzt ist, es war kein Sané dabei, weil er gesperrt ist, es war kein Manuel Neuer dabei, weil er verletzt ist. Sané, er hat nachgereist jetzt zum Holland-Spiel, genau. Aber auch dieser viel zitierte Bayern-Block hat ja gefehlt und natürlich werden vor allem die Münchner dann wieder zurückkehren. Und ob jetzt der VfB-Block, Maxi Mittelstädt hat es gut gemacht, ja, aber Waldemar Anton, Dennis Underf, Chris Führig, auch Maxi Bayer. Ja, wir werden uns natürlich sehr gefreut haben, weil er hat es wirklich verdient. Aber ob die dann jetzt alle eine tragende Rolle bei der EM spielen, vermutlich eher nicht. Ja, aber das ist ja so der Grundgedanke, dass man sagt, man lädt die ein, die sich halt freuen, noch richtig da zu sein und eben keinen Stunk machen, wenn sie dann nur auf der Bank sitzen, weil sie dann sich eben schon sehr freuen, überhaupt mit dabei zu sein. Und da eben so dieses Miese-Peter-Ding, Stammspieler sitzt auf der Bank, dass das halt die Stimmung runterziehen könnte. Und das war ja nicht der Fall bisher. Naja, da würde ich jetzt auch wieder widersprechen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein etablierter Nationalspieler, der mit diesen Jungs auch seit Jahren zusammen kickt, dass der dann bloß, weil Nagelsmann, Stichwort klare Rollenverteilung, ihm vorher sagt, dich sehe ich nicht in der ersten Elf, dass der dann Stunk macht. Er weiß doch Bescheid. Ja, aber er hat auch mit den Leuten gesprochen. Und da hat er so schon rausgefunden, wer eher sich ins zweite Glied einordnen kann und wer nicht. Naja. Das war ja schon so die Begründung. Okay. Trotzdem ist festzuhalten, wir haben wieder klare Rollen, es macht wieder Spaß, Deutschland zu gucken. Und das ist ja so, man kann es wieder nachvollziehen und man schaltet gern ein. Das ist doch eigentlich diese Hauptmessage, die die Länderspiele bewirken sollten. Und das hat meiner Meinung nach perfekt geklappt. Kann ich schon vor dem zweiten Länderspiel festhalten. Wollte ich gerade sagen, es ist halt bislang auch nur eins. Ja, das ist doch immer so. Das geht schnell. Aber sag mir doch schnell Manuel Neuer. Also er ist ja die Nummer eins für die EM und Marc-André Ter Stegen gibt den Jens Lehmann, muss erneut zuschauen. Was willst du wissen? Ja. Neuer im Tor oder was? Team Neuer oder Team Ter Stegen? Ja, Team Neuer. Ja. Ganz klar. Ja, sehe ich auch so. Der hat die Aura. Ja, es ist wirklich so. Er hat die Aura. Vermutlich kann Marc-André Ter Stegen sogar ein bisschen besser kicken und vielleicht sind die Reflexe gar nicht so viel schlechter und er ist genauso gut in Form oder sogar noch besser in Form. Aber irgendwie ist halt Manuel Neuer in Topform ein Stück drüber. Und du gehst ja davon aus, dass bei so einem Turnier dann die, die du da einlädst, auch irgendwie gut in Form sind und liefern können. Und er ist eine Legende. Und da sind wir wieder bei der Sache, was ist typisch deutsch? Typisch deutsch ist, dass wir die größten Legenden im Fußball haben und die halt verkraulen oder selbst noch hinterfragen. Bei jedem anderen Land wird der unumstritten sein. Genauso wie Toni Kroos, einer der besten Mittelfeldspieler, die wir je hatten, den haben wir halt geschafft rauszumobben. Ja. Typisch deutsch. Und? Was ist typisch deutsch für dich? Die Diskussion um ein pink-lila-farbenes Trikot. So, da sind wir doch. Die Allmanns vom Dienst. Und? Wie findest du das Ding? Ich find's geil. Wieso? Ja, keine Ahnung, weil ich erstens… Merkst du selbst, ne? Ne, müssen wir jetzt auseinander dividieren. Das eine ist ja eine Geschmacksfrage. Jetzt kann jeder sagen, das ist nicht so meine Farbe. Das gefällt mir nicht. Aber darüber reden wir ja nicht. Wir haben schon richtig, richtig viele hässliche Auswärtstrikots gehabt in der Geschichte. Also ich bin mit dem Fußball sozialisiert worden. Das hab ich in unserer Jubiläumsfolge schon mal erzählt. Weltmeisterschaft 1990. Da waren die Auswärtstrikots in so einem ekelhaften Grün. Ja. Das war einfach normal. Ja, das ist doch gut. Also ich find das Grüne, ich find das super. Wir hatten auch schon rote Trikots mit einem schwarzen Mittelstreifen. Ja, das fand ich nicht so gut, ja. Und jetzt haben wir halt pink-lila. Ja. Und das gefällt dir nicht. Find ich schrecklich, ja. Einerseits modisch, ja. Also würde ich nie anziehen. Andererseits passt das halt, finde ich, auch gar nicht. Weil wenn Deutschland spielt, soll man sehen, dass Deutschland spielt. Ja, aber ganz ehrlich… In grünen Trikots verbinde ich noch eher Deutschland mit, aufgrund der Historie, als mit pink. Sorry, mit pink. Welche Nation verbindet man denn mit pink? Keine, weil die einfach in keiner Flagge vorkommen. So, deswegen kannst du auch gar keine Nationaltrikots… Entschuldigung, haben wir grün in unserer Flagge? Nee, aber aufgrund der Historie, weil wir schon häufiger in grün gespielt haben, verbinde ich da eher Deutschland mit. Irgendwann ist immer ein erstes Mal. Wir kommen auch gleich noch zur Historie, wenn es um den Ausrüsterwechsel geht. Ja. Aber ich sage ja, du kannst mir gerne sagen, ich würde das nie anziehen, ich finde es schrecklich. Ich will mir eigentlich einen Auswärtsrücker kaufen und das kaufe ich mir jetzt nicht. Ja. Okay. Aber… Und ich bin halt jemand, ich habe auch schon in jungen Jahren gerne mal einen rosa Pulli getragen oder so. Okay. Kann ja jeder machen, wie er will. Ja, weil ich das eigentlich eine coole Farbe finde. Okay. So. Aber das ist ja auch in Ordnung. Was ich aber ganz, ganz schlimm finde, weil du gesagt hast, typisch deutsch, ist halt, dass wir jetzt darüber diskutieren und dann dieser ganze homophobe, frauenfeindliche und von Hass getriebene Bullshit thematisiert wird. Nämlich, dass das keine Farbe für Männer ist, dass das ein weiterer Schritt in der Politisierung des Sports ist, weil das ja nur für Vielfalt stehen soll. Und das ist halt, was mich an dieser Diskussion stört. Es ist einfach nur eine Farbe, die dir halt gefällt oder sie gefällt dir nicht. Alle Argumente, das ist nicht deutsch, zählen nicht, weil wir haben auch kein Grün in der Flagge, wir haben noch nie in Gold gespielt. Nee, aber es ist ein Bruch mit der Historie, das kann man schon sagen. Weil es sowas noch nie gab. Es ist komplett neu. Ja, es gab aber, bis es dann ein rotes Trikot gab, auch kein rotes Trikot. Und bis es kein schwarzes, wir haben auch mal in so einer Art Camouflage gespielt, eine Mischung aus Beton und Dunkelgrün. Aber Rot ist in der Farbe drin. In der Flagge, in der Farbe auch, aber in der Flagge. Ist ja auch Wurst. Ich wollte dazu noch sagen, dass ich dafür das Heimtrikot umso geiler finde. Ja. Also das ist wirklich eines der geilsten, die wir seit langem hatten. Ja, eines der schönsten. Wir sollen nicht immer so viel geil sagen, Kollege Bauer. Aber ja, ich finde es auch geil. Aber ich finde es auch geil. Ist wirklich so. Ja, komm. Und ich möchte es nochmal kurz sagen, weil es passt nicht zu Deutschland und so und welche Nation steht für rosa oder für pink. Auch da verklärt man halt oft die Vergangenheit. Also es gab schon viele rosa oder pinke Trikots. Ob die dir jetzt gefallen haben oder nicht. Also ich erinnere mich, der HSV hat mal in pink gespielt. Bayern hat auch das Champions-League-Trikot mit pink drin. Dieses Runde oder letzte Runde. Wir müssen also ein bisschen aufpassen, was pink ist und was lila ist und was rosa ist. Da bin ich nämlich auch nicht so ganz stark drin. Violett. Aber ja, Violett. Das englische Auswärts-Trikot. Die haben auf der Insel genau so eine Diskussion, weil plötzlich stehen ja Auswärts-Trikot auch so eine Mischung aus Violett und Lila. Wie gesagt, ich bin kein Farbexperte. Aber all das interessiert überhaupt gar nicht. Und auch diese historischen Bezüge, die du jetzt herstellst. Juventus Turin hat ursprünglich in rosa Trikots gespielt. Und diese legendären, wo man jetzt sagt, Juve, die müssen schwarz-weiß gestreift sein. Diese legendären Trikots sind nur deswegen eingeführt worden, weil es eine Verwechslung gab. Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann sind die Trikots, die eigentlich für Notts County bestimmt waren, die schwarz-weißen, sind halt nach Turin geschickt worden. Damals war es noch ein bisschen schwieriger mit Reklamieren und Umtauschen. Und dann haben die halt in schwarz-weiß-gestreiften Trikots gespielt. Haben aber nach wie vor immer wieder in rosa oder in pinken Trikots gespielt. Schottland. So. Wer steht mehr für Männlichkeit als die schottische Fußball-Ganzunammannschaft? Haben auch in pink gespielt. Das kritisiert ja auch keiner. Man kann sich ja dafür entscheiden. Wenn man sagt, okay, das ist unsere Farbe, dann sollte man das halt auch fortsetzen. Ich bin mal gespannt, ob es in den nächsten zehn Jahren, ob wir auswärts in pink oder in dieser Farbe spielen. Glaube ich nicht. Aber man muss dann natürlich auch sagen, die Verkaufszahlen geben recht. Das Ding wurde übelst verkauft. Und damit ist so eigentlich schon alles erreicht. Es geht doch bei dem Ausweistrikot nicht darum, dass wir dann, wann haben wir das Ausweistrikot bei einer High-EM an? Im Finale mit Sicherheit nicht. Da wird es keine Bilder geben. Nur wenn der Gegner auch in weiß spielt. Wie wir den Pokal stemmen, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist das bestverkaufte, also von Vorverkaufszahlen her, Trikot der DFB-Geschichte. Das hat alles richtig gemacht. Diese ganze Diskussion, die Leute wie ich jetzt mit Leuten wie dir führen müssen. Du hast diese Diskussion aufgemacht. Ich habe dir einfach nur gesagt, dass ich selbst nicht ansehen würde. Nee, das hast du nicht gesagt. Du hast auch die Entscheidung kritisiert, dieses Trikot überhaupt zu präsentieren. Und diese Diskussion, der war man sich ja beim DFB durchaus bewusst, wie der Werbespot, der dann passenderweise im Vorfeld produziert, schon direkt mit allen Reaktionen sich beschäftigt. Ja klar, blöd sind die auch nicht. Und dann kann man doch nur sagen, alles richtig gemacht. Also wenn das jetzt schwarz, rot, Camouflage oder grün gewesen wäre, hätten wir jetzt in dieser Folge nicht drüber geredet. Und ganz, ganz viele andere Menschen, die das bereits getan haben und noch tun werden, auch nicht. Klar, Ziel war Aufmerksamkeit generieren. Hat man geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Inter Miami, Lionel Messi. Das sind Clubs, das sind Clubs. Das zählt nicht. Ich sehe schon, du bist für Argumente. nicht erreichbar. Aber ich sage ja auch, deine Meinung zu sagen, mir gefällt es nicht, ich würde es mir nicht kaufen, ich hätte es mir anders gewünscht, ist ja noch okay. Aber die Diskussion fühlen wir in Deutschland nicht. Ist ja noch okay. Weil wir sprechen ja, wir tun ja so, als würde uns die Männlichkeit abfallen, wenn wir mal ein rosa Trikot anziehen. Ja, das sind doch aber immer die Leute, die dann aus ihren Ecken kriechen, die darf man gar nicht ernst nehmen. Ah, na gut. Adi, das ist aber ein gutes Stichwort, um auf das nächste Thema drüber zu leiten. Denn die deutsche Nationalmannschaft wird ja ab 2027 nicht mehr zumindest mit den drei Streifen auflaufen, sondern mit dem Nike Ausrüsterwechsel. Was sagen wir dazu? Bist du Fan? Also, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Oh, lehnt euch zurück, das kann dauern. Nee, meine erste Reaktion war, hm, schade. Und ich bin jemand, der das auch nachvollziehen kann, dass Leute sagen, hey, ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen, dass jetzt künftig da eben der Nike swoosh und nicht mehr die drei Streifen auf dem deutschen Trikot sein soll. Weil ich, was den Vereinsfußball angeht, meine Sympathien aufgrund der Trikots verteilt habe in jungen Jahren. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Neongelb hat mich damals gecatcht. Und dann weiß ich auch noch, als dann irgendwann plötzlich, lustigerweise, nicht mehr der Nike swoosh auf diesem Trikot sein sollte, sondern auch noch eine Firma, die jetzt nicht nachhaltig erfolgreich war, Goal.de, stand da plötzlich drauf. Da habe ich mich auch ein bisschen schwer getan damit. Aber ich bin Team Nike. Ich habe dann selbst überlegt, ja, warum eigentlich? Jetzt können wir mal unsere Schuhe auf den Tisch legen. Also, bei mir ist ein Zwusch drauf, bei dir. Ja, auch, aber der ist schon ziemlich aufgenutzt. Ich trage zum Sport schon seit jeher Nike und meine Schuhe. Ich habe so eine kleine, leichte Sneaker-Sammel-Leidenschaft. Auch fast nur Nike. Ja, warum soll ich mich dann beschweren, dass auf dem Trikot der deutschen Nationalmannschaft auch der Swoosh ist, wenn ich den doch so cool finde? Ja, aber darum geht es ja jetzt gerade nicht. Es geht jetzt eher um die Frage, wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schon seit 77 Jahren von Nike ausgerüstet worden wäre und jetzt sich dafür entschieden hätte, für knapp die doppelte Summe zu Adidas zu wechseln. Wie würdest du das dann finden? Dann würdest du es noch ein bisschen schaderer finden. Super. Aber dann muss man es akzeptieren. Und du sagst es schon selbst, wir reden hier ja nicht von, ich lege mal noch zwei Eier mehr in den Korb, sondern es ist ja natürlich nicht bestätigt, aber es ist relativ klar, wo ungefähr die Angebote liegen. Deswegen 50 Millionen pro Jahr wollte Adidas zahlen und 100 jährlich Nike. Gerade beim DFB kann man ja jeden Cent gebrauchen. Nein, so ist es nämlich. Ganz ehrlich, wenn du diesen Deal ablehnst oder wenn du sagst, ich bleibe für den Kollegen Bauer und für die Tradition bei Adidas, dann haben wir vielleicht in ein paar Jahren wieder irgendwelche Prozesse, wo es dann um Haftung geht und so, weil dieser Verein klamm ist. Der hat 30 Millionen Schulden, der hat einen DFB-Campus in Frankfurt, der jetzt irgendwie dann doppelt so teuer war. 100, wie viel Millionen soll es den kosten? Ich weiß nicht. Dann haben sie immer noch dieses Problem, dass sie eventuell die Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen. Das kostet auch wieder mehrere Millionen an Steuernachzahlung dann, wenn das so kommen sollte. Da musst du doch natürlich ein bisschen dem Geld hinterher sein. Dann verstehe ich es auch nicht. Wir kommen jetzt gleich auch noch dazu, dass plötzlich auch Politiker sich dazu äußern, was ich ganz eigenartig finde. Patriotismus, ja. Aber der geilste, jetzt sind wir wieder auf meinem Wort, war ja der hessische Ministerpräsident Boris Rhein, der sagt, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, weiß nicht, falls ich zitiere, Nike sei irgendeine amerikanische Fantasiemarke. Nee, das ist einfach der weltgrößte Sportartikelhersteller. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt Goal.de, also unseren Ausdruck dafür, Casinomarke oder was auch immer. Ja, oder dass wir schmutziges Geld nehmen. Katar. Wenn wir damals statt Mercedes, Volkswagen dann, keine Ahnung, BYD genommen hätten oder so, ja, dann kann man da nochmal anders drüber diskutieren. Dann kann auch die Politik irgendwann mal sich äußern, wenn sie will. Aber Nike und bei so einem Angebot, also. Wo wir uns vielleicht einig werden, ist, dass der Zeitpunkt halt wieder blöd ist. Nee, halt, was heißt einigen? Du findest es also scheiße, oder wie? Ja, ich sehe auch diese wirtschaftlichen Interessen, aber ich in meinem Herzen hätte mir, für mich gehört Adidas und die deutsche Fußballnationalmannschaft zusammen. Mag jetzt romantisch klingen, aber da werde ich jetzt auch die Diskussion wieder nicht mit dir gewinnen, von daher wollte ich jetzt einfach überleiten. Der Zeitpunkt ist einfach blöd. Gerade wenn dieser Hype mit dem neuen Trikot entsteht, die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt mal wieder gut und es kommt ein Trailer raus, das pinke Trikot verkauft sich super und dann kommt der Ausrüsterwechsel und zerschießt quasi alles nochmal. Ja, auch da. Doch, das hätte man wirklich anders später kommunizieren können. Auch da habe ich gedacht, ja, okay, das ist so das Einzige, was ich gelten lasse, dass man da vielleicht so einen langjährigen Partner so ein bisschen vor den Kopf stößt. Aber nee, also Andreas Rettig, der Geschäftsführer Sport im DFB, war am Sonntag im Doppelpass und hat sich genau zu diesen Dingen geäußert und dann plötzlich ergibt es auch alles Sinn und ich sage, ja, okay, gut. Es gab keine Alternative. Es gab keine Alternative für den Zeitpunkt. Ich erkläre es dir gut. Es war eine faire Ausschreibung. Jeder konnte sich bewerben. Ich glaube, zehn Marken insgesamt. Goal.de auch. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Obst überhaupt noch gibt. Naja. Und das war am 22. Januar. Mehr als zehn Firmen haben sich daran beteiligt, haben die Unterlagen angefordert, haben Angebote vorbereitet. Zeit hatten sie bis zum 15. März. Das ist also schon eine ganze Weile her. Dann muss natürlich irgendwann auch eine Entscheidung getroffen werden. Auch die, die da mitbieten, haben natürlich um eine schnelle Entscheidung gebeten, weil sie, wenn sie den Zuschlag vom DFB nicht bekommen, können sie sich zum Beispiel als Ausrüster der brasilianischen Nationalmannschaft bewerben. Da steht wohl eine Ausschreibung an, als Ausrüster der französischen Nationalmannschaft. Oder neuer Sponsor des Beckenbauer Podcasts. Zum Beispiel. Ausrüster, genau. Da musst du ja wissen. Oder nehmen wir aber nur ein IK. Da musst du aber wissen, wie viel Geld denn zur Verfügung ist. Und wenn dann eben eine relativ schnelle Entscheidung gefallen ist, dann sagst du jetzt, dann verkündet es halt erst später. Und das funktioniert auch nicht. Weil stell dir mal vor, dass da irgendwie was durchsickert. Und dann sind es alles börsennotierte Unternehmen, da muss sofort eine Ad-Hoc-Mitteilung raus, weil das den Kurs beeinflussen kann. Dann kannst du es auch gar nicht mehr geheim halten. Du kannst nicht einfach sagen, klären wir irgendwann später, kommentieren wir nicht. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass der Super-GAU natürlich gewesen wäre, wenn die EM läuft und plötzlich heißt, ja, wir haben gehört, Adidas Nike. Und dann muss der DFB sagen, ja stimmt, steht schon lang fest und ist jetzt ein bisschen blöd. Und deswegen kannst du es doch nur so machen. Oder machst es halt danach. Du bist den Bietern gegenüber fair, die können sich darauf einstellen. Du kommst nicht in die Bredouille, dass du wieder hingestellt wirst und angezählt wirst. Ja, wie könnt ihr denn sowas im Februar entscheiden? Und dann ist eine Heim-EM und jetzt sickert es irgendwie durch. Das ist doch wieder schlecht gemanagt und so. Finde ich völlig okay. Aber was ist denn danach? Man hätte es ja danach machen können. Das ist ab 2027. Also ich bin da jetzt auch nicht in der Wirtschaft so drin, aber ist ja schon noch ein bisschen Zeit. Aber du musst halt diesen Prozess irgendwann einleiten. Ja, nach der EM. Aber es ist ja durchaus möglich, dass du halt nicht Bock drauf hast, Angebote einzuholen, wenn Brasilien und Frankreich vielleicht schon Deals eingetütet haben. Ach so, okay. Man will den anderen dann zuvor kommen. Ich weiß ja nicht, wer da noch alles ausschreibt und so. Aber ganz ehrlich, ich wollte nur jetzt wieder so aus Fansicht sagen, ich fand das unglücklich. Ja. Gerade weil das auch wieder so gut ankam. Ja, aber das tut mir leid. Also da geht es um viel, viel Geld und ich verstehe alles. Das kann nicht jeder so das große Ganze im Blick haben. Der Strippenzieher Beck weiß alles, was da zusammenläuft, die Hintergrundprozesse. Nee, das weiß ich eben nicht. Aber man muss es halt fair diskutieren. Ja. Haben wir doch gemacht. Ja. Nee, wir sind nämlich noch nicht fertig. Ach so. Ah, okay. Was ich nämlich tatsächlich auch interessant finde, weil es selten thematisiert wird. Aber überall ist zu lesen, diese dann über 70-jährige Partnerschaft. Du hast sie eben auch schon. 77. Herangeführt, ja. Es ist 1950 ein Vertrag abgeschlossen worden zwischen dem DFB und Adi Dassler, dass er bei der WM 54 Schuhe für die Nationalelf anfertigt. Und es ist ja auch dann total schön und romantisch. Ich bin ja auch ein Fußballromantiker. Kommt irgendwie nicht so rüber in dieser Folge, aber erzähl weiter. Dass es da diese legendären Erzählungen gibt, dass Adi Dassler noch mit auf der Banksaß und sagt, Adi, Stoll auf. Von Sepp Herberger wurde ihm das gesagt. Und dann haben wir deswegen gewonnen, weil wir die besseren Schuhe hatten als die Ungarn damals auf dem matschigen Rasen im Berner Wankdorf-Stadion. Alles kein Problem. Nur Trikots hat Adidas Lam mit seiner Firma damals noch nicht hergestellt. Das heißt, das Wunder von Bern haben wir nicht in Adidas... War ein Nike-Trikot, oder? Auch nicht. Haben wir nicht in Adidas-Trikots gefeiert, sondern in Leut Zähler. Leutze hat irgendwie auch keinen interessiert in der Rückschau. Okay, dann kann man sagen, naja 54, da ging das ja auch alles erst los und unser großer Partner. Also den WM-Titel 1974 im eigenen Land. Franz Beckenbauer, die legendären Bilder. Da habe ich keine drei Streifen auf dem Trikot gesehen. Da war zwar Adidas schon unser Partner, aber die haben halt immer noch keine Trikots hergestellt. Das heißt, wenn man sich die Historie des deutschen Nationaltrikots mal anschaut, dann haben wir eben 54, diese Firma aus Reutlingen, oder aus der Nähe von Reutlingen, aus Pfullingen, Leut Zähler. 64 bis 71 Umbro, das ist noch nicht mal eine deutsche Marke. 71 bis 1980 Erima. Die wurden zwar Mitte der 70er mal gekauft von Adidas, aber es ist halt immer noch nicht Adidas, sondern Erima. Und erst seit 1980 spielen wir offiziell auch in Adidas Trikot. Das heißt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass da irgendwie keine drei Streifen auf sein sollten. Ja, es war bei genauso vielen WM-Titeln kein Adidas drauf, wie wir WM-Titel in Adidas Trikots gefeiert haben. Deswegen finde ich das, ja, das ist ein langjähriger Partner und das ist unser Hauptpartner. 74 haben sie dann halt irgendwelche Trainingsjacken und so von Adidas an, weil wir da schon mit denen zusammengearbeitet haben seit vielen Jahren. Aber jetzt reden wir alle bloß noch über die Trikots. Sehe ich nicht. Ja, es ist ein Punkt auf jeden Fall. Andererseits kann man sagen, Adidas war halt von Anfang an dabei. Es ist ein deutsches Unternehmen und in Zukunft wird es halt gar nicht mehr da sein. Das stimmt, aber auch deutsches Unternehmen, wir sind beide leidenschaftliche Aktionäre. Den Punkt kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Natürlich sitzen die in Herzogenaurach und natürlich gibt es ja Arbeitsplätze, deutsche Traditionen und so. Deutschland hat das Quartier bei der Heim-EM dort. Ja, ist ja auch okay. Es sind ja auch nach wie vor und noch für ein paar Jahre unsere Ausrüster. Aber zwei Drittel der Produktion aller Adidas-Produkte findet halt in Asien statt. In Indonesien, in Vietnam, in Kambodscha, in China. Schuhe. Und auf Schuhen beruht ja dieser ganze Mythos und diese Romantik. Werden schon lange nicht mehr in Deutschland produziert. Überhaupt gar keine von Adidas. Aktionäre. Das heißt, wem gehört denn diese Firma? 90% ausländische Aktionäre. Also ich sehe diesen großen Aufschrei. Jetzt haben wir ein amerikanisches Unternehmen. Nochmal, das ist kein chinesisches und das ist auch kein russisches, sondern das ist ein amerikanischer Weltkonzern, der uns das doppelte bietet, der keine schlechteren Klamotten macht, der meiner Meinung nach auch keine hässlicheren Klamotten macht. Wo ist das Problem? Man kann ja jetzt sagen, dass du quasi jetzt auch die zweite Diskussion gewonnen hast. Nö, das weiß ich nicht. Ja, aber du hast gute Argumente auf jeden Fall. Ich kann immer nur kommen mit der Tradition und der Romantik. Das ist das, was ich halt gut kann. Und da bist du aber ja auch gar nicht so alleine, weil viele Fans argumentieren so, das ist ja auch ein gutes Recht. Aber plötzlich kam ja auch die Politik. Und da finde ich es halt schon grenzwertig. Wenn unser Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt, er hätte sich ein bisschen mehr Standortpatriotismus gewünscht. Ja, das finde ich schwierig. Der Gesundheitsminister Karl Lauterbach nennt das eine Fehlentscheidung, wo Kommerz eine Tradition und ein Stück Heimat vernichtet. Und Boris Rhein hatte ich ja auch schon gesagt. Friedrich Merz. Ja, also wenn dann Politiker sich zum Sport äußern und Sportler sich zur Politik äußern, das ist meistens schwierig. Natürlich kann man sagen, ja, wäre doch schön. Aber nochmal, es ist ja nicht so, dass man jetzt eine Medienpartnerschaft mit einem chinesischen Unternehmen eigentlich... Ja, ja, ja. Dass du die chinesische TikTok-Machinerie auch noch erwähnen willst, das ist mir schon klar. Ab wann wird TikTok der Partner des Deutschen Fußballbundes? Das sind sie ab sofort. Ah, ab sofort. Thomas Müller hat seine Jungs in der Kabine schon heiß gemacht. Wir brauchen mehr Content. Wirklich? Ja, klar. Oh, muss ich mal reingucken. Ich bin selbst nicht bei TikTok. Ich auch nicht, nee. Man sagt ja immer, man ist zu alt so. Aber Instagram Reels würde ich jetzt auch als ähnlich wie TikTok bezeichnen. Aber das ist schon ein Punkt. TikTok ist ja ein chinesisches Unternehmen. Ja, und das finde ich natürlich dann viel, viel schwieriger. Eine exklusive Medienpartnerschaft mit einer Firma, über die in den USA gerade diskutiert wird, ob es nicht verboten werden muss. In Kombination mit Nike ist das dann natürlich auch spannend. Ja, aber auf die Videos freue ich mich. Ja, du hast ja einen Punkt gemacht und hast gesagt, die Kommunikation und der Zeitpunkt. Und ja, ich bin ja auch bei dir, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Vielleicht hätte man aufgrund dieser langjährigen Partnerschaft Adidas zumindest ein bisschen früher informieren sollen, dass man sich eben für Nike entschieden hat. Angeblich sollen die ja, wann war es? Am Donnerstag? Ja. Um 16 Uhr einen kurzen Anruf bekommen haben. Also ihr seid raus ab 2027. Wir sind Nike. Und 20 Minuten später war die Pressemitteilung da. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Hätte ich mir anders gewünscht. Und dann ist es auch blöd, wenn man jetzt sich dafür rechtfertigen muss und vielleicht auch noch für ein pink-liederes Trikot rechtfertigen muss. Und dann setzt man dem Ganzen nochmal einen drauf und sagt halt, ja, und jetzt übrigens exklusiver Partner TikTok. Ja, vielleicht war das auch so die Taktik, weil mit TikTok haben jetzt nicht so viele mitgekriegt. Da reden auch nicht so viele drüber, ne? Ich habe ja tatsächlich... Um das so ein bisschen zu verschleiern. Da bist du auf einer heißen Spur. Ich habe nämlich tatsächlich mir überlegt, ob die vielleicht einfach selber nicht mehr damit gerechnet haben, dass sie gegen Frankreich was reißen. Und dann haben sie gedacht, wir ballern jetzt einfach eine kontroverse Meldung nach der anderen raus, damit keiner mehr über das 05 gegen Frankreich spricht. Und die Zukunft von Julian Nagelsmann und das Debakel Heim-M. Und wenn es halt mit dem pinken Trikot nicht klappt, weil es dann so Nasen wie den Beck gibt, die sagen, das finden sie geil. Naja, dann müssen wir halt nochmal zu Nike. Ah, blöd. Da gibt es ja ganz gute Argumente dafür. Dann hauen wir noch TikTok hinterher. Mal sehen, was da noch alles in petto haben. Was hast du vorhin gesagt? Heimspiele in China künftig. Nach dem Holland-Spiel kommen bestimmt noch ein paar Sachen. Offizieller Käsesponsor oder sowas. Ja, wollen wir jetzt noch über die Zukunft von Julian Nagelsmann reden oder nicht? Also mein Take ist ja dazu völlig unnötig, weil man hat sich doch committed, dass das Ganze bis zur EM geht, weil man dann eben auch logischerweise gucken will, wie die EM läuft. Und darüber jetzt davor schon zu diskutieren, also ich schüttel mal schon mal echt vom Kopf. Ja. Es war doch alles darauf auf die EM ausgelegt. Und dann ist auch klar, dass das Ganze steht und fällt mit der Spielweise und dem Ergebnis der EM. Und der DFB wäre blöd, davor zu verlängern. Nagelsmann wäre blöd, davor zu verlängern. Ich sehe das Ganze irgendwie nicht. Ja. Ich glaube, das Kind ist in den Brunnen gefallen, als es halt mit Hansi Flick nicht mehr funktioniert hat. Weil dann hast du dich eben für diese relativ ungewöhnliche Lösung Julian Nagelsmann entschieden. Da haben wir ja auch drüber diskutiert. Hätten uns vielleicht auch andere gewünscht und mit all diesen Dingen eigentlich eher ein Vereinstrainer, noch viel zu jung und jetzt nur für dieses Dreivierteljahr. Plötzlich sagen alle, ah, der ist doch ein Nationalmannschaftstrainer. Ein gutes Spiel. Ja, aber dass man diese Problematik irgendwann hat, war doch klar. Weil Julian Nagelsmann kein Hehl daraus macht, dass er sich ja eigentlich schon als Vereinstrainer täglich eben auf dem Trainingsplatz sieht und nicht nur zu Hause am Scouten. Und auch nochmal betont hat, dass er auf keinen Fall nach der EM eine Pause machen will. Ja, was heißt nochmal betont? Er wurde halt gefragt und dann hat er es gesagt. Und dann sagt er das. Und das finde ich ja auch gut. Deswegen mögen wir Julian Nagelsmann ja auch so. Weil du halt einen authentischen Kerl da sitzen hast, der offen ist und ehrlich ist. Aber jetzt haben wir halt den Salat. Und das wussten wir eigentlich streng genommen auch schon vorher. Weil vor dem Turnier verlängern ist immer schwierig. Das haben wir in der Vergangenheit bei Jogi Löw schon mal gehabt. Da fragst du dich immer, warum machst du das? Warum bindest du dich vor so einem Turnier über Jahre hinweg? Aber wenn halt gar nicht klar ist, ob Julian Nagelsmann so an diesem Job hängt, weil er vielleicht doch eher Lust hat Borussia Dortmund, Manchester United, Paris, Saint-Germain, ich weiß es nicht, zu trainieren, ja, dann gibt es dafür keine gute Lösung. Weil so ein Klub, ein möglicher neuer Arbeitgeber von Julian Nagelsmann natürlich auch nicht warten kann, ob jetzt die EM gut läuft, ob dann genug gefeiert wurde und dann... Der Marktwert nochmal steigt, ob er dann nochmal ein größeres Gehalt kriegt. Darum geht es nicht, glaube ich. Aber ob es die Euphorie des Kollegen Bauer dann wieder dämpft, wenn am Tag nach dem Triumph Julian Nagelsmann bekannt gibt, dass er jetzt kein Bundestrainer mehr ist. Sondern es geht ja darum, dass die auch planen müssen. Und wenn halt, wann ist das Finale? Am 14. Juli? Bestimmt, ja. Mitte Juli. So, und da ist das Transferfenster schon offen. Du kannst ja nicht bis Ende Juli warten, bis dann Julian Nagelsmann verdienten EM Urlaub genommen hat und sagt, jetzt bin ich dabei mit der Kaderplanung, weißt du? Ja, alles schwierig. Handballlösung à la Alfred Gislason auch blöd. Ja, aber fand ich jetzt in dem Fall gar nicht so verkehrt. Heißt, im Falle von Erfolg, Viertelfinale, Halbfinale, was auch immer, wird der Vertrag verlängert? Nee, im Falle von einer, also ja, aber bei Alfred Gislason war es ja so, dass er im Falle einer Olympia-Qualifikation hieß es, wir machen weiter mit dir. Aber dann stand diese Aussage vor dem Quali-Turnier. Ja, eben. So, und dann war klar, okay, jetzt gucken wir halt mal in zwei Wochen oder wann auch immer, oder von mir aus in einem Monat, und dann wissen wir Bescheid. Und Gislason hat auch nicht gesagt, ich will danach direkt, wenn ich nicht Nationalmannschaft mache, dann bin ich natürlich Vereinstrainer. Weil dieses Quali-Turnier halt mitten in der Vereinssaison war. Also kann man jetzt auch nicht ganz vergleichen. Aber auch da kann man geteilter Meinung sein. Vor dem Länderspiel, die CDF-Experten, Christoph Gramer und Per Mertesager, denen ich beiden gerne zuhöre. Christoph Gramer sagt, finde er blöd, jetzt das Turnier abzuwarten. Entweder man ist von einem Trainer überzeugt und man glaubt an dessen Philosophie. Das ist immer die eine Meinung. Und dann macht man sich nicht von den Ergebnissen abhängig. Und Per Mertesager sagt, finde ich gar Quatsch. Wir müssen mal gucken, ob er das kann und wie es läuft. Und wenn er in der Vorrunde ausscheidet, dann spricht wenig für eine Verlängerung. Weil bisher waren die Ergebnisse jetzt auch nicht so berauschend. Und ja, wie du sagst, es war eigentlich so kommuniziert bis zur EM. Dann schauen wir mal. Aber je näher die EM kommt, desto näher kommt er nach dem Moment. Dann. Ja, es gibt da keine richtige Lösung. Stell dir vor, Nagelsmann verlängert jetzt und dann läuft die EM nicht wie geplant. Hat er dann Lust, Nationaltrainer zu sein? Ich weiß es nicht. Baustelle auf jeden Fall. Weil das Thema wird noch ein bisschen diskutiert werden bis zur EM. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, was ist denn, wenn der DFB schon gesagt hat, wir wollen nicht mit dir weitermachen. Also rein hypothetisch. Oder Julian Nagelsmann hat dem DFB gesagt, egal wie es läuft, ich bin raus. Kommunizierst du das dann? Oder ist es nicht viel schlimmer, wenn es dann während des Turniers rauskommt, dass es eigentlich schon lange klar ist? Deswegen, wie ich finde, immer offen und transparent kommunizieren. Egal, ob es den Leuten dann schmeckt oder nicht. Aber dann kannst du dir keinen Vorwurf machen. Und das ist eigentlich die Quintessenz auch von dieser ganzen Adidas und Nike Diskussion. Immer gerade raus. Damit muss man jetzt einfach leben. Die Argumente liegen auf dem Tisch. Und es irgendwie zu verheimlichen oder künstlich in die Länge zu ziehen. Oder umzueiern. Ja, schwierig. Euphorie. Trotz allem. Wo ist sie hin? Trotz allem. Stunde Podcast und heute ist sie weg. Nein, ich freue mich tatsächlich. Vor allem freue ich mich aufs pink-lilane Trikot, das am Dienstagabend gegen die Niederlande debütiert. Jamal. Ich freue mich auf Jamal. Ja? Gut. Dann sage ich vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei dir. Ja, vielleicht haben wir nächste Woche wieder einen Gast. Ah, nee. Nächste Woche bist du im Urlaub. Da bist du im Urlaub. Du übrigens auch. Da haben wir es doch. Kollege Bauer. Weil der Kollege Beck im Urlaub ist, müssen wir euch leider eine Woche ohne Beckenbauer ankündigen. Ihr werdet es schaffen. Es gibt 108 Folgen, die ihr euch nochmal anhören könnt. 109. Ja, 109. Stimmt. 109. Spannende Gäste. Auch All-Time-Classics. Die Folgen 1 bis 10. Macht das. Und frohe Ostern wünschen wir euch. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielleicht mit einem Gast. Vielleicht auch nicht. Lasst euch überraschen. Ich möchte aber nochmal betonen, dass ich dir nicht verboten habe, den Podcast auch mal ohne mich aufzunehmen. Wir hatten schon Beck ohne Bauer. Wir wünschen allen vor Ostern. Aber, was du jetzt natürlich wieder ganz charmant nicht erwähnt hast, du bist ja selbst über Ostern im Urlaub. Und finde ich aber gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Das können wir auch nochmal ernsthafter sagen. Wir freuen uns über jeden, der unsere alten Folgen hört. Wer sich bei uns meldet, wenn er Feedback oder Anregungen für weitere Folgen hat, unter podcast.rnz.de. Genau. Und am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn es euch gefallen hat und ihr das dann auch in Form eines Abos oder eines Likes uns mitteilt. Genau. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Beck & Bauer, der RNZ Sport Podcast.